Hallo Leute und willkommen zurück zu Dead Space 2. Ich habe eine winzig kleine Pause gemacht, da mich das Ende dieser Kirche wirklich so mitgenommen hat. Und wir haben Dana gefunden. Und sie ist böse. Oh, wir wollen sie nicht heilen Isaac. Wir brauchen ihr kostbares Köpfchen genauso wie es jetzt ist. Würden sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn ins Dase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Oh, wir werden gerettet im letzten Moment. Cool. Boom. Boom. Das war's mit Data. Du Mongo verzicht dich auch mal. Hey, langsam könnt ihr mal aufhören zu schießen. Ich glaub, die wollen uns gar nicht retten. Ich drück einfach mal eh. Ich drück einfach mal eh. Ab jetzt muss ich drücken. Komm, 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 komm. Ja. Wer ist das? Wer schießt denn da jetzt auf mich? Ist das dieser Tightland oder? Warum schießen die auf mich? Oh, aber wir haben es geschafft. Ja, du fehlst mir. Der kommt genau richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat er mich gegessen? Komm. Ja wie? Was soll ich denn da jetzt machen? Ja bitte. Was soll ich denn da machen? Okay, nochmal. mal. Also, ich sehe das auf eine gelbe Stelle, aber ich konnte gar nicht zielen, gerade eben. Doch, sonst konnte ich zielen. Und nochmal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtige Waffe habe. Oh, geht das ab. Aua, Aua. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, komm. Ja, ich glaube, der Arm ist ab. Oh, mein Gott. Ich sehe es. Ich sehe das Ende. Okay, okay. Komm schon. Schafft man das überhaupt? Oh, Gott. Ey, ich wollte es gerade sagen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich sehe es, komm. Ja, komm. Ich halte mich am Schiff fest. Oh, das ist okay. Oh, der sickert mit. Oh, scheiße. Ich schieße einfach mal. Komm. Stirb. Stirb. Ja. Ach, du scheiße. So, aber habe ich es jetzt geschafft? Ich glaube, das will ich Kapitel 6. Ja, ich habe ich es geschafft. Oh. Isaac, ist es hier? Können Sie mich hören? Was waren Sie, Strass? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, nein, nein. Es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut. Also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Strass? Oh Gott, ich muss erstmal durchatmen Ey, dieses Spiel ist so Einsame Spitze, ganz ehrlich Ich glaube, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben Bei einem Computerspiel So abgegangen Mein Gott, ist das geil Ich durchsuche jetzt mal noch Die anderen Räume hier Mein Gott So, hier noch was Ey Mein Gott, ey Mein Herzschlag ist schon wieder Auf 100.080 So, aber hier waren wir schon mal Wenn ich mich richtig recht erinnere In dieser Wäschekammer hier Hier kamen die nämlich von oben Und wenn wir noch nicht schon mal hier waren Dann haben sie es schlecht designt Dann habe ich jetzt gerade was, was ich in diesem Spiel ein bisschen schlecht finde Dass sie den gleichen Raum nochmal nehmen So, aber mit dem Start von Kapitel 6 Beende ich auch diesen Part wieder Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten Ich habe mich selber genug unterhalten, muss ich sagen Haut rein, Leute Wir sehen uns im nächsten Part Euer Felix Ich habe mich auch in diesem Spiel Und hier sehen uns das Ich habe mich schon wieder